hallo und herzlich willkommen bei money ja leute es gab immer wieder fragen zum esx door lock und ob man da mehrere fraktionen auf eine tür zugreifen lassen kann also ob mehrere fraktionen ein schloss öffnen können und ich sag mal ich spare mir jetzt einfach mal das intro das kriegt jetzt einfach mal hier ihr kennt das video das habe ich mal vorgestellt das ist alles zum esx door lock wie man ja wie man quasi die schlösser ranbringt und so weiter und so weiter könnt ihr euch da gerne auf jeden fall noch mal anschauen jetzt aber wie bringe ich mehrere fraktionen dazu eine tür zu benutzen so dazu gehen wir natürlich in unsere win scp falzilla was auch immer ihr gerade benutzt wir gehen dazu klar also wir suchen unser ordner wo unser esx door lockt drin ist machen dann die config auf das habe ich dann hier schon gemacht so und wenn wir dann in unserer konflikt drin sind und ihr seht das ja wir haben zum beispiel gerade ganz aktuell haben ein autohaus aufgemacht für den car dealer und darauf kann auch der mechaniker zugreifen die ambulanz die polizei und das fib also im normalfall haben ambulanz polizei irgendwie zugriff auf alle türen bei uns und ja wollen wir doch einfach mal wollen wir doch einfach mal schauen gehen wir mal kurz auf unseren server und ich zeige euch das ganze mal wie das dann funktioniert oder beziehungsweise dass das funktioniert wichtig ist auf jeden fall wenn ihr eine tür gemacht habt dann habt ihr einmal den hier drin und das ganze wird dann getrennt durch ein komma leerzeichen dann wieder hier dieses apostroph der nächste beruf eine komma leerzeichen der nächste beruf und so weiter und so weiter und ganz hinten nach der letzten geschweiften klammer bloß nicht das komma vergessen leute ich habe das irgendwann mal eingefügt gehabt letztens und habe irgendwo dieses doofe komma vergessen gelten ich habe mich danach so ein bisschen ein bisschen tot gesucht kann man kann man sagen so das habe ich natürlich mein team speak nicht aktiviert das ist sehr clever ich bin ich bin sehr gut vorbereitet merkt ihr das so da drüben ist unser auto aus ihr seht momentan bin ich hier der car dealer und falls ich so eine verrauchte stimme habe gerade es ist sechs uhr morgens hier da darf man es haben so ihr seht die schlösser gehen einwandfrei auf und zu ich kann mir jetzt noch den anderen job geben jetzt mal den schimpel mechaniker das sollte schon mal eine nummer eintragen mechaniker 0 und das hat jetzt super funktioniert klar so wie gesagt 6 uhr morgens leute bitte bitte kein stress muss das ich muss das in ruhe machen mechaniker das immer so jetzt mal rekrut und verdammte axt verdammte axt okay diese tür haben wir noch nicht gemacht diese diese tür haben wir noch nicht gemacht aber schau mal wir haben wir haben die garagen okay wir testen eine garage die garagen habe ich auf jeden fall gemacht so die gehen auf und zu als mechaniker jetzt gehe ich hier einfach mal in den car dealer zurück so jetzt bin ich wieder car dealer und auch hier geht es auf und zu ihr seht das das ist immer so dieser vorführeffekt ne und so merkt man dann auch immer was man noch nicht so gemacht hat beziehungsweise was noch fehlt ne und wir haben auch noch hier das lspd da haben wir auch gesagt die sollen zugriff auf alles haben und auch da ist jetzt geht das schloss auf und zu ja und so funktioniert das ganze eigentlich ganz simpel so und ihr kennt das spiel ja ne wir brauchen wir brauchen ungefähr acht minuten damit der youtube algorithmus greift aber das will ich euch jetzt nicht antun hier mit irgendwelchen blödsinn oder sowas zu verbringen ansonsten würde ich einfach sagen ich hoffe ihr bekommt das hin wenn nicht dürft ihr auch gerne auf meinem server spielen ich hab da ja ich hab da mal was vorbereitet sagt man ja so ne und ja hier oben hier oben steht es ja auch in der leiste high five rp ne steht noch ein bisschen falsch in der leiste da ich weiß nicht ich weiß nicht warum ich hab mal ich muss mal ein video machen wie man ähm die ganzen sachen farbig macht ähm schaut mal ich mach jetzt hier einfach mal ein disconnect so weil man hat ja verschiedene darstellungs instanzen wir haben ja einmal hier äh ja da ist quasi nur unser titel drin den wir mal vor längerer zeit da haben wir ein bisschen rumgespielt äh dann stand das so drin aber so siehst du das ja nicht quasi wenn du in der serverliste suchst in der serverliste wenn du da suchst dann sieht das ganze äh so aus und ja wir haben es zwar was ist denn jetzt hm 5m abgestürzt geil also heute heute läuft's heute läuft's ne brutal okay nochmal so und ihr seht's wir haben ein bisschen rumgespielt und sowas äh ja jetzt steht hier high five roleplay das ist unser server äh hier steht normalerweise noch ganz 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 viel mehr aber es wird irgendwie nicht übernommen und da sind wir gerade so ein bisschen ein bisschen am 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 ja herausfinden warum und auch unter und hinter uns im high five äh roleplay würde normalerweise noch ein bisschen was kommen an text aber ja irgendwie wird das momentan nicht so genommen nicht so nicht so gefressen wie wir das gerne hätten aber da kann man anscheinend momentan nicht so viel machen ich bin da auch schon mit äh also wir haben unseren server über zapphosting ja ja Leute ich weiß ja bla 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 viel zu teuer und ähm ne dedicated oder rude viel besser und so weiter ich 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 kenne das ich kenne das ja aber du hast immerhin du hast immerhin da den support ne und bei 120 plätzen fällt das jetzt noch nicht so so schwer ins gewicht ne wenn du irgendwo mal vier fünf sechshundert eintausend plätze hast klar dann äh kannst du kannst du ja nicht mal bezahlen bei 5M 5M bei zapphosting aber gut ne aber dazu werde ich auf jeden Fall auch mal ein Video machen wie man hier die Sachen farbig bekommt und wenn das alles wieder funktioniert dann zeige ich euch auch wie man das äh auch mit Emojis und sowas einträgt und ihr seht wenn man da hier drauf klickt wie gesagt dieses dieses farbige ja dann kriegt man hier schon wieder mehr Infos dazu also ist momentan so ein bisschen ja aber wie gesagt ihr kriegt dazu dann noch ein paar Infos ansonsten wenn euch das Video gefallen hat Leute lasst mir noch ein Abo und ein Like da bis zum nächsten Mal freut mich dass ihr reingeschaut habt ciao ciao euer Manni